Ein kleines Geburtstagständchen. Wenn ich für eine von euch ein Ständchen bringe, so soll das nicht heißen, dass ich mich festlege und es mir mit allen anderen von euch verderben will. Zwölf Mädchen und ein Mann, das ist eine so einmalige Situation. Man müsste scheich in Persien sein. Oh, oh, oh. Ein Pascher mit zwölf Nächtelein. Oh, oh, oh. An jedem Finger einen Schatz. Oh, oh, oh. Und dazu zwei noch als Ersatz. Oh, oh, oh. Zwölf Mädchen und ein Mann. Die Wahl ist schwer. Zwölf Mädchen und ein Mann. Die beste Lösung wäre, man müsste scheich in Persien sein. Oh, oh, oh. Ein Pascher mit zwölf Nächtelein. Oh, oh, oh. Ursulaika, Ursulaika, Ursulaika. Hör gut zu. Ursulaika, Ursulaika. Meine Lieblingsfrau bist du. Ursulaika, Ursulaika. Ursulaika, hör gut zu. Ursulaika, Ursulaika. Meine Lieblingsfrau bist du. Ursulaika, Ursulaika. Und von der Kaltgabe der Vita Pepidosa, die Rockenrollkönigin aus Kalikzonien. Ursulaika, 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 Urs WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR